Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, das letzte Mal haben wir ganz schön abgekackt, was das Rennen von den Most Wanted anging. Und ich würde einfach mal sagen... Das probieren wir heute doch gleich nochmal. Nur ein Unterschied diesmal. Leider ohne Muschik. Weil wegen... Nicht so richtig GEMA-frei. Ich weiß, mit wäre das... ...schöner. Und wieso bin ich hier abgewogen? Upsala. Aber... ...man will ja keinen Strike riskieren. Wir werden jetzt nochmal versuchen, in der Folge... ...oder der nächsten... ...Dem Most Wanted zu besiegen. Und dann hoffentlich ohne Crash. ...man sollte echt nicht so oft auf der Minimap gucken. Und nicht in der falschen Richtung fallen. Einfach querfällt ein. Und dann löppt die Lose. Die Lose? Ne Brüdi, Frau Lose! Ich muss man erster werden, um den zu besiegen. Das kämen wir ja schon. So, in der Hoffnung, dass es heute besser läuft. Aller Einheiten, da bricht einer nach links aus. Ah, stimmt. Polizei, da war ja was. Das war in dieser Karte, seit 10, 20. Da war ja was. Aufstattung, da bricht einer nach rechts aus. Hier weicht niemand nach rechts aus. Der Trage hier ab... ...aber diesmal... ...haben wir ein Nitro. Tja, warum wohl? Ihr solltet auch alles zum Anwenden. Gut, ich gebe zu. Hätte man besser nehmen können. Ist der nicht gerade voll über die Straßensperre? Habe ich die gerade ausgenockt? Ich meine, dank der Gummiband-KI dürfte er nicht allzu weit wegbleiben. Aber zumindest war ich diesem intelligent genug, nicht über diese... ...ähm, wie heißen sie denn? Nagelbänder zu fahren. Das ist schon mal gut. Oh, 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 oh. Nee! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er wurde auch aufgehalten, aber... Oh! Oh, 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 oh. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das Nagelband war knapp. Also das eben. Oh! Kontrollpumper fehlt. Yo, Digga! Brudi! Brudi! Wetten wir, dadurch habe ich jetzt verloren? Ja, habe ich. Das hole ich nicht mehr. Nicht den halben Kilometer. Nee! Das versuchen wir nochmal. Wenn, dann will ich auch als Erster daraus. Wäre der Erste. Ja, das versuche ich ja. Die Polizei hat mich nur am Ende gefickt, ey. Aber ohne Gleitgehe. Verstanden. Verstanden. Einsatzleitung als Co. 3 genehmigt. Zentrale 744 geht weiter. Tumfahrt nur aus dem wir im Rennen, das so gehört. Jetzt beginnt der Ordnungsbeschädigungspartner auf Trümmer auf. Wir haben recht drauf. So. Alter, chill mal. Chill deinen Nuggets. Wart auf mich. Du hast aber echt keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit. Der ist doch jetzt voll übers Nagelband gefahren. Cheater! Alles klar, in freien Fahrt wäre das kein Unfall gewesen. Dieses Gestreife. Guck mal, wie schnell du jetzt an den rankommst. Und gleich überholt er wieder. Ich weiß nicht, ob das andere Nitro nicht doch besser wäre. Oh, da ist ein Nagelband. Okay, die Kurve habe ich diesmal viel flockiger genommen. Alter! Oh Mann! Ja, ist klar! Oh, ich wette, dadurch habe ich es wieder verkackt. Ja, habe ich. Wieso immer am Ende? Ganz im Ernst, ich schaffe das heute noch als Erste. Und wenn ich vier Parts da dran sitze. Mann! Deine Oma wurde entfernt. Immer ist es der kleine Fahrfehler am Ende. Wenn ich da jetzt zwei Stunden dran setze, dann schneide ich das zusammen. Das wäre ja egal. Dann habe ich mir nixens was zu tun. Ich weiß zwar nicht, wie weit er weg war eben. Aber es hätte gut werden können. Hätte ich in den scheiß Tunneln nicht so einen Kack gebaut. Alter, wie der mir am... Hintern klebt. Aber es ist gut zu wissen, dass das Nagelband nur für mich gefährlich ist. Oh, Leute! Wenigstens hat das jetzt nicht als Crash gezählt. Was hat er denn... Was hat er denn da gemacht? Schön. Wir verlieren die Kerne. Die sind echt gut. Die sind echt gut. Im Moment bin ich scheiße. Und passen wir teilen dich auf. Den vier weiter einmal rutschen zu Ort. Wo teilen wir uns denn auf? Der ist doch bestimmt hinter mir. Genau der Fehler darf mir in den scheiß Tunneln nicht passieren. Oh, scheiße. Das Nagelband habe ich komplett vergessen, ey. Hier war das, ne? Ja. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, jetzt sind wir zurück auf die Straße. Ja. 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 Dein erster Most Wanted ist geschlagen. Aber das ist erst der Anfang. Willst du ihren Wagen und ihren Platz auf der Liste? Verfolge. Oh, wie ist es nicht. Wo ist er hin? Nee, wo ist er? Mach doch sowas nicht. Warte auf, Misch. Okay, ich glaube, der ist weg. Okay, dann habe ich mich gerade um entschieden. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht von vorne. Ja, 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 ja. Oh, die sind immer noch hinter mir. Komm, 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 komm. Ja. Geflüchtet, wir brechen die Suche vorerst an. So. Da ist er wieder. Autolock-Alarm. Nee. Scheiß Autolock-Alarm. Klau mir doch nicht die Karte. Boah, gib mir die Karte wieder. Dankeschön. Boah, manchmal, ey, ne. Ja, ist mir jetzt auch egal. Jetzt ist das Auto schon wieder weg. Mann. Also. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Ich weiß, wo er hin ist. Mein Freundchen, dein Arsch ist auf meiner Liste. Ja. Die klingt ein bisschen notgeil. So. Aber ich wollte mal gucken. Äh, nee. Wagen. Alfa Romeo. Ähm. Die momentanen Anzeige ist, glaube ich, für meins, ne? Ja, da steht für meins. Krass. Wenn ich jetzt den nehmen würde, dann müsste ich den ja komplett neu... Lens hier? Hä? Alter. Ich glaube, das ist ein Geländewagen. Den habe ich gerade. Die Höchstgeschwindigkeit ist höchst. Die Steuerung ist höher. Ja, wir bleiben erst mal bei denen. Ähm. Dem, dem, dem. Wo geht es jetzt hin? Nehmen wir das, weil da sind wir gleich. Dann brauchen wir nicht allzu weit fahren. Bisschen benehm. Polizei ist da. Guten Tag, Officer. Guten Tag, Officer. Ganz im Ernst, wenn so einer schon so beschleunigt tut, ne? Moment, habe ich das schon gemacht? Ne. Das habe ich noch nicht gemacht. Weil da eben, nämlich eben... Sah nämlich gerade so aus. Wer der erste... Leichtbauch. Wat? Leichtbauch. Also ist alles klar. Ich finde es schön, dass eigentlich mal mehr... jetzt die... Oh. Lol, doch. Das hatten wir schon mal. Oh, lol. Das war das Rennen, wo ich kein Nitro hatte. Ja, dann würde ich doch sagen... Zeigen wir den doch mal. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind hier. Hier auf dieser Ecke, da verbrate ich immer meine Geschwindigkeit. Ich habe die Kurve noch nicht hingekriegt bisher. Just saying. Nein! Falscher Knopf! Ich habe gebremst. Ich vollidiot. Ja. Mach dich ab. Ja, ja, ja. Nur keine Panik kriegen. Alter! Ja! In der letzten Klausel, Jäger! Oh, Entschuldigung. Das ging gerade so mit mir durch. Dann können wir schon bald den nächsten herausfordern, ne? Das sehe ich ja. Anwenden! Geil! Perfekt! Hat sie gerade mein Nitro erhöht? Finde ich gut. Finde ich gut! Ähm... Ne, das hatten wir schon. Was haben wir da oben noch? Hinterhalt. Machen wir doch mal das da. So, dann haben wir das eine Rennen aus der einen Part auch mal geschafft. Und zwar locker flockig. Zwei Sekunden! Das ist auch ein Rekord, oder? Ob die mich verfolgt hätten, wenn ich auf der richtigen Spur gewesen wäre? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Die Wände sind wie ein Magneten, ey. Zumindest für mich. Ping-Pong! Oh. Das war jetzt kein Ping-Pong. Das war weit davon entfernt. Ähm... Platz! Uh, da hätte ich schon hingemusst. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020